Oh, komm schon... Holz, Holz, Holz... Ich hab falsches Holz... ...gerammelte voll... Überall Fackeln. Fackeln sind das Wichtigste in Minecraft. Den ganzen Berg müssen wir eigentlich auch noch ausleuchten, ne? Eigentlich die komplette Map ausleuchten. Jeden Block. Überall. Sicher. Naja, einfach nur so grob. Ist halt... äh, toll, jetzt hab ich keinen Fackel mehr. Ist halt geil, wenn man einen Fly-Mode, also Ray-Mode anhat, der hochfliegt im Dunkeln, dann kann man echt perfekt sitzen. Ah. Sehr praktisch dann. So. Ah, Frenz. Wo Frenz? Jetzt kann der Färber auch gemütlich schlafen. Fahrstuhl! Ja. Ach, die scheiß Bäume, ey. Bäume. Was, du magst Bäume? Was, Bäume? Ja, ich mag Bäume. Wir sind voll toll. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Jan, was ist los? Ist irgendwie richtig reise. Mhm. Warum? Alles gut? Mhm. 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 Achja, natürlich. Ich brauch Schmodder. Hab ich nicht. Ja. Ich brauch Gravel. Ich brauch Gravel. Ja, gut. Gravel hab ich auch nicht. Also. Früher hast du an jeder verfluchten Ecke Gravel gefunden. Ja, das ist auch ein bisschen zurückgegangen. Bischen ist gut. Ich brauch Sand. Wo gibt's hier Sand? Haben wir nicht in der Nähe, gell? Nein. Wir haben nicht mehr. Muss weit laufen. Mhm. Okay, das ist doof. Ach, guck mal. Ich hab hier ein bisschen Sand gefunden. Ach. Bisschen mehr sogar. Ja, nice. Ja, da hinten ist ja ein Urwald. Ja, geil. Ja. Was es nicht alles gibt. Oh, nee. So, jetzt wird mal hier Glas gemacht. Ja, mach mal Glas. Ja, dann hast du jetzt eigentlich eine Hühnerfarm gebaut? Ich bin dabei. Wo baust denn du die jetzt? Hinterm. Horizont. Gleich links. Aber ich hab doch gesagt, nicht so nah. Ach, da, Alter. Ich bin da genau nebenan. Klaas, Klaas, Klaas. Beziehungsweise sonst, sonst, sonst. Und... Ich bin verwirrt. Was denn? Ich hab grad nicht mehr, weil ich das Glas weg muss. Tja. Ja. Jetzt wär der zweite Cam geil, ne? Jetzt, weil ich alles runter springen muss. Ja, nee. Ich bin erstmal eher auf der Seite. Du musst eigentlich das ganze untere Glas, musst du eigentlich nur eins nach unten setzen. Von, also von ganz oben. Hä? Ach so, du hast die Seite... Nee. Durchneinander bringen, bitte. Ja, genau. So ging's mir aber vor ein paar Tagen auch. Ja, das Holz muss jetzt Glas werden. Glas muss wieder Holz werden. Holz werden. Ja, bis jetzt gut. Sonne geht unter, ich hab Angst. Mein Bett am Start. Scheiße. Wenn ihr schlafen gehen wollt, ich würde mich sofort hinlegen. Nee, hab mein Bett aber nicht dabei. Ich bin gleich auf meinem Weg. Ich bin gleich auf meinem Weg. Ey, langsam sieht das Haus echt nice aus. Also langsam, langsam. Dann gehst du auch hin, oder nicht? Ich geh hin. Ja, Mann. Nein. Beide, liegen alle? Nee. Oh, alter, wenn dieser scheiß PC mich jetzt nicht so abfacken würde. Jetzt geh ich aber auch rein, dass es draußen zu dunkel ist. Ich liege. Jan kommt nicht mehr raus. Ich lieg vorher an seiner Tür. Achja, so. Lecker Cappuccino. Okay. Wechsel. Die generiert mein Leben nur wenn... Nee, alles klar. Alles gut. Was? So. Ich baue mal Busy Klaas. Ist das schon gewachsen? Haben wir noch Knochen? Wir haben noch Knochen, glaube ich. Bei Jan unten. Ich muss jetzt mal hier die Kartoffeln ein bisschen cheaten. Oh, der Jan macht wieder A sein Glas. Ja, ich liege wohl langsam. Was? Ich liege wohl langsam. Was geht denn hier? Achso, der Permo macht ja da die Geschichte mit dem... Ach, ja, genau. Ich liege ja draußen wieder alles kaputt, was ich da so schön gemacht habe. Naja. Ja. Ich frag mich eigentlich, warum ich das mache. Hey, cool. Wenn man Kaktus in den Ofen reinschmeißt, gibt es Kaktusgrün. Ah, okay. Denk immer auf Farbstoffe. Ja. Ja. Stoffe. Hier funktioniert das wieder mit dem Knochen-Mail. Ist das jetzt fertig? Also wenn ich jetzt auf Knochen-Mail draufklick, passiert nichts mehr. Ne, da sind dann so komische Zeichen da, gell? Ja. Ne, zeig mal. Ja, das ist fertig. Da hinten. Ich würd's halt trotzdem mal sehen. Entschuldigung, ja. Also so ist normal. Komm her. So ist normal. Zweite Stufe. Dritte Stufe. Fertig. Jetzt geht noch eine Stufe, oder? Ne, das war's. Nicht richtig noch gelb. Ne, das war's. Ne, das war's. Du brauchst zwei Knochen-Mail für einmal Pimpen. Ne, na zwei bis drei Knochen-Mail. Ist da ein Block drunter, oder läuft dein ganzes Haus hier zu drunter? Ne, ne. Da ist doch schon Bergwand. Ist doch schon bergmassiv. Ach stimmt, ja, ja, ja. Massiver Berg. Wie mach ich jetzt nur mal zauern? Sechs Dicks. Sechs Dicks. Sechs Dicks. Lass dir auf. Du kannst doch austappen. Guck doch einfach mal im Bikini nach. Ach ne, ne, ne. Lass den in deinem PC lieber dazu. Jetzt. Äh, jetzt. Was wollte ich jetzt... Drohnen? Ich hab doch eben noch Drohnen gehabt. Ja, wo sind die Drohnen jetzt? Ach da. So, mach ich dir das jetzt am dümmsten hin. Ja. Ah, läuft. Ja. Da hatte ich noch eine, genau. Die paar Ruschen noch. So. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach innen... Kriegverfolgungslohn. Fleisch. Hab ich noch was? Kekse. Hinden. Und. Scheiß Berg ist im Weg. Scheiß Berg. Was denn? Scheiß Berg ist im Weg? Scheiß Berg. Scheiß Berg. Scheiß Berg. Scheiß Berg. Heiß Berg. Heiß Berg. Oh Scheiß Berg. Oh Scheiß Berg. So, da kommt jetzt nicht die Titanic. Titanic. Oh. Titanic. Ja, dann musst du jetzt irgendwo... Ich möchte ein Scheiß Berg sein. Ich möchte ein Scheiß Berg sein. Das glaube ich dir sofort. Heute wieder ganz schön musikalisch. Allesamt. Allesamt. Alles zusammen. Ein Leben gleich zusammen. Okay. MK. Weißt du? MK. Ja. Ja. Bitte. Sie hatten gesprochen. Ja. Im Schluss. Hier hat schon ein Block. Ach, das ist der Boden. Ja. Okay. Gut. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich habe jetzt schon Level 34. Wir brauchen Verzauberungsstisch, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Äh. Wir brauchen Bucket Server. Was? 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 Ich dachte, wir brauchen diese Mod. Welchen Mod denn? Achso, diese Enchanter-Mod. Ja. Das ist voll Cheating. Ja, ist ja klar. Es ist voll dumm, 32 Level zu machen, damit du auf ne... keine Ahnung... Auf irgendeinen Scheiß halt... Schaufel... Ach, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie... Sachen... ...so passieren. Was? Was denn? Ich glaube, die drei war von oben. Ich lockte sie ab. Wir wollen... Okay. Ich habe ein Glas mit Cleanstoth... Ich will wieder eine Treppe an der Seite vom Haus haben. damit ich schneller in die Wohnung komme. Aber er war im Treppenhaus. Nee, nee, können wir nicht machen. Ich habe mir beim Treppenhaus so viel Mühe gegeben. So. Jetzt könnte ich ja eigentlich noch eins, zwei... Was? Guten Tag. Die Junge. Ah, ich will da drauf. Voll, die Frühstückstheraus, was hältst du davon? Ja, geil, ne? Jan! Schön, schön. Alter. Ich muss bloß mal gerade hier hochbomben. Ja, mach nur. Er ist ja schnell weggebombt. Hast du mich gesagt? Nee, dann bin ich richtig. Ja, ich bin halt. Das war schon wieder viel zu viel. Da jetzt eine hinmach und da jetzt eine hinmach. Da kann ich da machen. Da. Und da. Und da. Ja, holl. Das wird voll die... Nein, das war auch dumm. Ach, kacke. Guten Abend. Nee, geh weg. Ich kann da keinen Block setzen. Aha. Scheiße. Warte, du hast die Steinstufe kaputt. Doch, ich stört. Jetzt da. Alter, Jan! Hat man den scheiß Handy jetzt? Ja, Mann. Das zackt gerade sau. Ja, genau. Du hast es gesagt. So. So. Oh. Meter. So. Ich möchte deine Wurde sein. Ich nicht. Im kalten Baller. Was muss ich nochmal hernehmen, damit ich... Hernehmen tust du schonmal gar nichts. Benutzen. Ähm. Vögel anlocken. Vögel? Also Grüne. Samen. Samen? Also Weizensamen. Ja, Weizen. Ja, das sind ja eigentlich die einzigen Samen. Ja, nee, nee. Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Kürbissamen. Ja, ja. Kürbiss, wir müssen Kürbiss anbauen. Wir haben aber schon 10, glaube ich, bei Jan unten. Ja, aber ja, ja, wir müssen trotzdem anbauen, ja. Dann bauen wir eine Kürbisfarm. Äh. Sanitage. Über den Cleanstones ist... Da, stark und Hölz. Mehr Türen und mehr Druckplatten, mehr Türen und mehr Druckplatten braucht die Welt. Da steht's. Warum man grad kochen will, wenn ich reinkomme. Ja, ja, natürlich. Was ist denn los? Kochst du dich den ganzen Tag? Äh, äh, nee. Also, nein. Also, nein, ähm, nein. Also, vor Wut, aber im Herd jetzt nicht. Ja, da koche ich auch regelmäßig. Oh, jetzt nicht da reinfallen. Nein. Boah. Ha. Ähm. Ja, da brauche ich auch nicht. Ja, hat's.